Was ist Aortenwurzeldilatation? Die Erweiterung der Aortenwurzel tritt auf, wenn die Aortenwurzel vergrößert wird. Dies kann durch viele verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter Alter, Bindegewebsstörungen und Bluthochdruck. Es kann auch durch eine Infektion, ein Trauma oder einen Abbau der Proteine in der Aortenwand aus Enzymen verursacht werden. Zu den Symptomen einer Aortenwurzelvergrößerung gehören Rücken- und Bauchschmerzen, Beinschmerzen und Taubheit aufgrund von Nervenkompression und feuchter Haut. Dies ist ein sehr schwerwiegender Zustand, der zu einer chronischen Aortenklappeninsuffizienz führen kann, und es ist sofortige ärztliche Hilfe erforderlich. Die Aortenwurzeldilatation betrifft, wie der Name schon sagt, die Aortenwurzel. Die Aortenwurzel bezieht sich auf den Bereich, in dem die Aorta, die größte Arterie im Körper, beginnt. Dieser Körperteil wird auch oft als aufsteigende Aorta bezeichnet, da er der aufsteigende Teil einer Bogenform ist, die vom Rest der Aorta erzeugt wird. Diese Region nimmt natürlich eine birnenartige Form an, die durch eine Zunahme des Kalibers der Blutgefäße in den Arterienwänden verursacht wird. Wenn der Aortenzwiebel über das normale Maß hinaus anschwillt, spricht man von einer Erweiterung der Aortenwurzel. Diese Bedingung kann durch eine Reihe von Faktoren verursacht werden. Der Verschleiß des Alters an der Aortenwurzel beispielsweise ist mit einer Dilatation verbunden. Bluthochdruck kann auch zu einer vergrößerten Aorta führen. Dieses Symptom kann auch durch das Marfan-Syndrom oder andere Störungen des körpereigenen Bindegewebes verursacht werden. Andere Bedingungen, die zu einer erweiterten Aortenwurzel führen können, sind Syphilis und Autoimmunerkrankungen, bei denen das körpereigene Immunsystem seine eigenen Zellen angreift. Andere Ursachen für die Erweiterung der Aortenwurzel schließen eine Infektion ein. Durch Infektionen und Entzündungen verursachte Gewebeschäden können eine vergrößerte Aortenwurzel verursachen. Es kann auch durch Geburtsfehler verursacht werden, bei denen die Aortenwand nicht ausreichend mit Eiweiß behaftet war. Es könnte auch das Ergebnis eines Traumas im Bereich der Arterie allgemein sein oder eine fortschreitende Verschlechterung der Proteine der Aortenwand durch Enzyme. Aortenwurzelldilatation weist eine Vielzahl von Symptomen auf, die von Fall zu Fall variieren. Rücken- und Bauchschmerzen sind häufige Symptome einer erweiterten Aortenwurzel. Wenn die Vergrößerung eine Kompression nahegelegenen Nervenwurzeln verursacht, kann dies zu Beinschmerzen oder Taubheitsgefühl führen. Andere Symptome können Stress- und Angstzustände, schnelle Herzfrequenz sowie Übelkeit und Erbrechen sein. Chronische Aortenklappenregeneration kann durch eine Erweiterung der Aortenwurzel hervorgerufen werden. Eine gesunde Aortenwurzel wird durch die Aortenklappe vom linken Ventrikel des Herzens getrennt. Das Ventil bildet eine Dichtung, die sich öffnet, um den Fluss von gefiltertem Blut aus dem linken Ventrikel zuzulassen und dicht zu schließen, um einen einseitigen Blutstrom zu gewährleisten. Wenn sich die Wände der Aortenwurzel aufgrund der Vergrößerung dehnen, können sie das Gewebe der Aortenklappen strecken. Wenn die Klappen ausgestreckt sind, können sie nicht zuschnappen und keine Abdichtung bilden, die normalerweise verhindert, dass Blut in das Herz zurückfließt.